Montopoli di Isabena mit einer Höhe von 331 Meter über dem Meeresspiegel ist circa 50 Kilometer von Riti entfernt. Die Stadt hat fast 4000 Einwohner, verteilt auf ein Gebiet von 37,94 Quadratkilometern. Der Zugang zum Dorf erfolgt über die Porta Romana, auch bekannt als Porta Maggiore, die im Renaissance-Stil erbaut wurde. Das Gebiet von Montopoli bietet lange und erholsame Spaziergänge inmitten der grünen Vegetation und Panoramablicke, insbesondere die Wanderung entlang des Flusses Farfa, dessen Lauf sich durch die Vegetation schlängelt. Entlang der Straße, die nach Montopoli führt, sollten Sie sich nicht die Kirche Santa Maria di Gliangeli entgehen lassen. Ebenso wichtig ist die Stadtbibliothek, die in der ehemaligen Kirche San Sebastiano in Pretoriolo aus dem 10, 11 Jahrhundert untergebracht ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!